Klarissa, was möchtest du mal werden? Ich will Tierärztin werden. Und du? Musikerin. Und du, Kekko? Ich will mal in den öffentlichen Dienst. So wie du. Und so wie mein Papa, der mich ins Büro mitnahm. Was für heitere Menschen, was für zufriedene Existenz. Nicht außerhalb der Sprechzeit. Es war meine Bestimmung. Ich bekam einen wunderbaren Posten im Gemeindeamt. Wir Beamte wurden verehrt wie Götter. Und es gab nur eine Frau in meinem Leben. Mama. Mein Glück war absolut perfekt. Bis zur Gemeindeverwaltungsreform. Still, BH? Als hättest du nur einen einzigen langen Busen. Ach, meine Schlauchtette. Das hier ist mein sexy BH. Kann man sowas kaufen? Ist voll hässlich. Ja, ich will's nicht mal anfassen. Sieht wie ne Augenma...